Das haben schon viele Bauten. Einen Appeltini, bitte. Moment. Und ich hab gehört, hier gibt's Arbeit für mich. Oh, wie süß. Einen Appeltini für die... Die Dame sonst noch einen Wunsch? Vielleicht noch eine Fußmassage? Das war schon gar nicht so schlecht. Was? War das etwa alles geplant? Oh, Entschuldigung. Suchten Sie jetzt etwa Arbeit? Schon gut. Was soll ich tun? Dieser Koffer soll morgen in Bielefeld sein. Und Sie sind offensichtlich der Einzige, der ihn hinbringen kann. Na los! Abgang! Schrauben. Schrauben! Schrauben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bleiben Sie hier, ich hab hier noch was für Sie Nehmen Sie die hier mit Das ist die beste Waffe im Sortiment Nehmen Sie die mit Und Und das Sie werden's benötigen Nehmen Sie, nehmen Sie Gehen Sie, Sie haben keine Zeit Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Sie haben es also geschafft? Sie haben mich nur gefilmt für irgendein beschissenes Spiel? Ja, na klar. Natürlich war das ein Spiel. Wir sind hier in Bielefeld und wir machen Entertainment. Diese Leute sind tot und mich haben sie benutzt als ihre Spielfigur. Moment. Das hier ist für uns alle. Die Leute wollen unterhalten werden. Das ist mein Job. Sie sind krank. Ach meine Güte, Sie haben gewonnen. Jetzt freuen Sie sich doch mal. Bei jedem Spiel gibt es auch Verlierer. Oggi piove in Occidente. Giù dal cielo si scatena. Una pioggia martellante. Di coltelli nella schiena. Ogni tanto una schiarita.